Leute, willkommen zu meinem neuen YouTube-Video auf diesem Kanal. Heute werde ich Akinator zocken und wie die, die es noch nicht kennen, da denkt man sich so eine Figur aus, der stellt Fragen und am Schluss sagt er dann, also an wer er denkt, so. Ich glaube, ihr checkt's von ihr. Ich will nur mich beschreiben, also, ja, mich spielen, also nicht, und ja, gucken wir mal, ob ihr das erratet. Ich exiltiere wirklich, ich lebe nicht in Deutschland, bin nicht elf als 36, habe nichts mit Musik zu tun. Ich denke, der Fußball wird beliebt. Nein, ich spreche Deutsch, ich bin nicht durch YouTube berühmt, ich trage keinen Helm, ich habe etwas mit Sport, ich mache sehr viel Sport, ich bin kein Tennisspieler, ich mache keine Kämpfe. Ich bin ein Schweizer, ich habe was mit Bällen zu tun, also ich spiele Fußball, ja, was ist denn? Ja, kann man sagen, Fußball spielt, ich bin kein Torwart, ich bin kein Kosovo, nicht aus Kosovo, oder so, oder? Ausländischen Urfang, ja. Ich bin nicht dunkelhäutig. Ich habe nicht teilgenommen an den Wehen. Ich habe nicht vier Buchstaben. Ja, ich habe ja auch einen YouTube-Channel. Ich sage mal wahrscheinlich. Ich bin kein Mittelfeldspieler, ich bin nicht über 20, ich bin Stürmer. Ich bin nicht aus albanischen Ursprungs. Ich existiere. Ich kenne mich persönlich. Ey, die Figur ist in dem selben Haus wie ich. Und jetzt, guck mal, dich selbst. Der ist einfach ein Affe, oder so. Warte. Warte, was ist das? Noch mal spielen. Das will ich mal einfach zufällig drücken, drücken die ganze Zeit nur, ja, und dann gucken wir, was kommt. Ja, 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 ja. Jetzt versuchen wir es immer mit Nein. 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 Jetzt denkt er an. Ein Spieler, der nie zustimmt. Ja, sage ich einfach mal Ja. Ja. Jetzt will ich noch eine The Walking Dead Figur, und zwar, wie soll ich es nennen? Nimm mal Negan. Er ist nicht weiblich. Wurde nicht durch YouTube bekannt. Er ist nicht berühmt. Er ist ein Mensch. Er ist nicht aus meiner Familie. Ich bin nicht in ihn verliebt. Er ist über 18. Er ist kein Lehrer. Er war Sportlehrer. Er hat keine Kinder. Ich kenne ihn nicht persönlich. Er existiert. Also er hat wirklich existiert. Er hat er 36, ich weiß nicht. Er wohnt nicht in Deutschland. Er ist aus den USA. Er spielt in einer Serie mit. Er ist keine Comedy-Serie. Er trägt Baseballschläge eine Waffe. Er ist eine Waffe, oder? Er wurde nicht getötet. Er wurde nicht getötet. Er ist nicht getötet. Und das ist...